Hallo, Nicole. Oh, hallo, Peppa. Hallo. Und Schorsch. Nicole, wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen ein Geburtstagsgeschenk für unseren Papa. Wirklich? Mal überlegen. Hey, ihr könntet ihm ja ein tolles Abenteuer schenken. Wie ein Abenteuer? Na, überlegt doch mal, wie es wäre, wenn ihr eurem Papa einen Ausritt zu Pferd schenken würdet. Nee, nee, ich glaube nicht, dass das das Richtige für Papa ist. Ok. Wie wäre es mit einem Flug mit dem Heißluftballon? Nein, nein. Mein Papa hat doch Höhenangst. Oh, das wusste ich nicht. Dann lassen wir uns etwas anderes einfallen. Hu, 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 hu. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. Ja, ich glaube, das könnte ihm gefallen. Peppa, Schorsch, was haltet ihr davon? Wir schenken Papa Wutz eine Raftingtour. Ja, gute Idee. Das wird ihm gefallen. Dankeschön, Nicole. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao.